Schon immer und immer noch ist die Landwirtschaft von essentieller Bedeutung. In Deutschland, in Europa und der ganzen Welt. Ein Landwirt versorgt mit seiner Arbeit heute 135 Menschen, produziert Rohstoffe für die Industrie und pflegt die Kulturlandschaft als Teil unserer Geschichte. Innovationen und Fortschritt in vielen landwirtschaftlichen Bereichen ermöglichen eine ständige Anpassung an sich ändernder Bedürfnisse. Ganz am Anfang der landwirtschaftlichen Produktion steht die Pflanzenzüchtung. Mit besseren Sorten legen Züchter den Grundstein für das, was über das Jahr von den Bauern geerntet wird. Pflanzen sind unsere Lebensbasis. Seit 75 Jahren setzt sich der Bundesverband Deutscher Pflanzenzüchter erfolgreich für seine Mitglieder ein. Immer mit dem Ziel einer leistungsfähigen und nachhaltigen Landwirtschaft wird unsere Mission besser leben dank besserer Sorten. Pflanzenzüchtung schafft Vielfalt. Pflanzenzüchtung. P bacterial Übergende Städtüben. P square in b겠지만 kommt besserer und deshalbher weiter.